Das Dovinci Lichterstudio mit Drehteller von Hasbro. Mit dem Lichterstudio machen Dovinci Designs noch mehr Spaß und lassen sich fantastisch in Szene setzen. Der automatische Drehteller dreht dein Kunstwerk beim Bemalen und die Scheinwerfer präsentieren deine Designs in neuem Licht. Um die Vase zu verzieren, befestigst du zuerst die Deko-Elemente. Beginne ganz unten mit dem größten Ring. Dann bringst du den mittleren an und oben den kleinen. Willst du eine Schablone bemalen, dann fixiere sie mit den Löchern auf dem Drehteller. Setze den Boden in den Drehteller ein, um ganz eigene Kunstwerke bis zu einem Durchmesser von ca. 23 cm zu gestalten. Wenn du dich für einen Gegenstand entschieden hast, kannst du ihn mit dem Deko-Styler und den Farbkartuschen verzieren. Zum Lichterstudio gehören sechs Farbkartuschen. Davon sind zwei Mischfarben für noch größere Vielfalt. Drücke den Startknopf, um den Motor einzuschalten und dein Kunstwerk dreht sich, während du es bemalst. Für mehr Kontrolle kannst du den Drehteller auch ohne Motor von Hand drehen. Wenn du fertig bist, lasse dein Kunstwerk in funkelndem Licht erstrahlen. Das Dovinci Lichterstudio ist für Kinder ab sechs Jahren und enthält außer dem Lichterstudio eine Vase, eine Schale, drei Schablonen, Styler, sechs Farbkartuschen und ein Ideenheft. Batterien sind nicht enthalten. Das Dovinci Lichterstudio mit Drehteller von Hasbro.